willkommen zu clash royale falls ihr videovorschläge habt könnt ihr in die kommentare schreiben und jetzt mach ich mal nen kampf und dann gucken wir mal wie ich spiele genau videovorschläge mir gerne in die kommentare und vergesst nicht zu bewerten und dann gehts weiter jetzt gehts los ja gut fangen wir mal so an ok langsam 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 drauf reagieren die kann man mal da los schicken und dann werde ich jetzt mal warten gucken was er macht ähm komm her dreht euch um ja perfekt man läuft ja schon mal gut aber irgendwie muss ich darauf reagieren hilft ja nichts ah ja wahrscheinlich habe ich keine karte ausgelegt wer es glaubt mhm ich bin grad vorne ne mit dem kampfholz aber geil egal ach das ist der friedhof hat der eine neue animation oder wie lust aber ok fang mal an pecker nach hinten jetzt mal gucken was er macht wahrscheinlich genau nichts ja er macht auch nichts er wird warten er wird warten komm jetzt setzt er was ähm dann kann man 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 dann noch immer das kampfholz setzen wie jetzt ok wir fangen wieder von vorne an die frage ist was setze ich einmal raten oder komm her ok damn jetzt sparen komm her sparen jawoll jawoll ja mehr perfekt das klappt schon mal da drüben vielleicht komm ich ja irgendwie durch oder ran vielleicht dass ich in die nähe komm wär schon mal gut zumindest in die nähe vom turn ja nicht ganz so aber irgendwie so komm komm das schafft er schon komm herr Schweinereiter und Gift damit sollte ich das ganze gewinnen oder jawoll perfekt fertig fertig war ok war ok war ok was habe ich hier raus geholt 4000 komm einen kampf mache ich noch das kann ich abholen 3 von 4 ist ok aber einen mache ich noch für die 700 dann habe ich hier 1700 irgendwas das wäre ok komm her von hinten anfangen ich werde jetzt kurz warten mal schauen ob ich irgendwas setzen dann habe ich noch mal ok interessant komm her ja warum kommt er mit mir ok keine ahnung kann mir aber auch eigentlich egal sein wie er kommt denn ich muss es versuchen aufzuhalten und jetzt kommt und in den Turm er hat es halt schon gut verteidigt muss man sagen habe mich da gut an den Turm reingelassen aber schon mal danke an den Gegner vielleicht klappt es ja jetzt wieder mal schauen aber ich spiele auf einmal den Lava und Deck auch sehr lange nicht mehr gesehen die Karte den Lava haben wir sehr lange nicht mehr gesehen was macht er jetzt alle der Spiel der Lava und Deck das hat man vor 10 Jahren gespielt aber egal aber egal Junge jetzt kommt er so Lava und Ballon aber wie will er noch kommen steh komm mal her komm runter das ist ja nicht mehr normal was der alles hat ok kommt er schon irgendwie noch kommt er nicht jetzt kommt er ja jetzt kommt er ok aber ich kann es schon mal besser verteidigen als vorher das ist schon mal wichtig dass ich es besser verteidigen kann als vorher ja aber die Frage ist ob es reicht fürs verteidigen es reicht auf jeden Fall ja ja es reicht Hilfe reicht schon einmal ok ok den Turm habe geht nix mit nem 4700 oder anscheinend nicht weil so schnell hole ich mir sicher nicht den Turm auch nicht mit nem Schweinereißer auch nicht dann wenn ich den so sitze nein es geht sich nicht mehr aus gucke mach dann den Gegner und dann danke fürs zusehen vergesst nicht zu abonnieren und zu bewerten tschüss und bis zum nächsten Mal euer Rutschlaf tschüss 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 tschüss